Klatsch, Ace, 5 Kills, let's go! Und es ist irgendwie ein bisschen lustig und jeder versucht sie ein bisschen zurechtzufinden und ich habe ganz gut reingefunden und zwei Runden, die ich hintereinander weggespielt habe, will ich euch hier einfach mal als Gameplay hochladen und ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nichts zu sagen, schaut es euch an, ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, Twitch.tv, würde mich freuen, wenn ihr euch vorbeischaut, Link unten im ersten Kommentar, lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video, jetzt viel Spaß! Kann ich die STM spielen und trotzdem hier XP sammeln? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, man levelt nur einen Baum. Stop, guys. Remember, shoot blue. So, Wetter wird gestoppt. So, Wetter wird jetzt. So, wir haben jetzt wieder eine Schroette. So, wir sind jetzt wieder eine Schroette? So, wir sind jetzt wieder ein? So, wir kommen jetzt wieder. Fucking STM, ey. Komm von hinten. Äh? Scheiß, bloß sie hier von mir. Hat er gelootet? Wie viele leben noch? Ich hab keine Ahnung, ey. Was? Was? Wo hat er hergeschossen? Check ich auch nicht. Na gut. Das war auch schon wieder mein Mate, ja? Team-Mate sind die größten Gegner, ja. Das war schon bei Fing. Das war's für heute. Ja komm, ich weiß, dass ihr da seid. Kann er hinten nicht so wirklich reinpushen. Er ist verlootend. Die Gear ist stark, ey. Er hat das falsche Kit, deswegen. Okay, er hält. T-Bets sind die größten Gegner, so ist es auch, ne? Man hat immer nur eine, ne, kommt ganz drauf an, was man halt für Setup hat. Ich kann andere Waffen nehmen. Ich weiß nicht, ob ich da die XP bekomme, um ehrlich zu sein. 5, 4, 3, 2, 1. Pognen! Geld nicht selbst nicht arbeiten. Das funktioniert! Die Nisleer! Die Nisleer! Die Nisleer! Die Nisleer! Oh boy! Da ist fast ein Fehler passiert! Oh boy! Da ist fast ein Fehler passiert! Da ist fast ein Fehler passiert! Das ist... Ne! Der macht mich fertig! Der geht erstmal in die Runde und loonet sich... Loat out! Geil! Wir sind zu dritt gegen einen! Fuck! Diese scheiß... Diese scheiß STM, Mann! Die hat halt Scope und so Dreck! Er hat mich sogar gewolben, kann es sein! Kann man, Duke, ja! Ach komm, Junge! Oh! Oh! Ich habe ihn gesehen! Er ist auf dem Punkt, ey! Ei, 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 ei! Teammates sind die größten Feinde! Dein Schaden, wenn du mal genau schaust, bin ich in der Arena-Kategorie! Die gibt es schon! Los ja Blindsch abort sind! 4! 3! 2! 1! Start toQue! Sollen! Oh, schausten! Westerl! Schaff! Kommt er wieder mit seiner Pistole? Erstmal looten. Was macht der P2-2? Weiß das jemand? Zwei gegen zwei, okay. Oder? Beste Pistole. Das war's. Ich bin auf der Grund. Die Schleppel sind in der Schleppel. Hier kommt der Schleppel. Die Schleppel sind in der Schleppel. Ich bin auf der Grund. Oh, nice shit! Ich habe gesagt, dass die Zeit ist. Ich habe gesagt, dass ich jetzt die Zeit habe. Jawohl. Easy. Da kam die scheiß Cleanup-Crew. Seht das ja? Ei, ei, ei. Nice. Der macht mich ver... Dude, you kill me, not gonna lie. Er haut sich in Vodka rein, Alter. Ja. Die. Wieso habe ich zwei Pistoleros? Ach du lieber Gott. Die Team-Mail sind die größten Feinde. Übel. Der andere wird eh wieder da oben irgendwo sein. Der andere wird da oben. Oh, man. Wo sind meine Teammates? Die looten, ja, ich weiß. Ach du Scheiße, das ist vorbei. Das Last Samurai am Anfang, die es im Match ist. Das heißt nix. Ja. Ja, Cleanup Crew win. Nice. Easy Clutch. So stelle ich mir das vor. Der Random Factor ist extrem. Ist extrem hier. 5, 4, 3, 2, 1. 2 команды, 1 победитель. Pоехали. Ah, come on, ich hätte anlegen sollen. Ich darf nicht, ich darf nicht mit der, mit der aus der Hüfte schießen. Das ist richtig scheiße. Arena, erstes Feedback, ja, ist lustig. Random wie Sau. Hin und wieder hat man Leute mit einer Pistole, die Wodka saufen. Dafür steht eigentlich, ich würde ja gerne in die. Ich bin fasziniert von dem. Der Typ kennt einfach gar nichts. Er gibt ihm noch einen. Kill him. Jawohl. Ich glaube, das ist Sieg, ne? Assists mit Tarkov, ja. 11 zu 3 ist okay. 5 Assists. Ich habe ein bisschen was gemacht die Runde. Passt. Next. 97.000, 8.000 XP. Deswegen, äh, vielleicht soll ich auch den mal probieren. Wird es der hier besser? Ich hasse, ich mag die Map nicht. Konkurrent zu Counter-Strike? Ja. So, auf geht's. Aber warte, habe ich jetzt keine gemacht, oder? Schade. Auf Rutsch. 100.000, 8.000 glitter. Auf geht's. Das ist die Geräte. Das ist eine Harrisburg. Zwei noch. Okay, wusste nicht, dass man da rein kann. Verstehe. Okay, krasse Pose hier. Krasse Pose. Nein, ich weiß noch nichts über die nächste Welle, Leute. Na, falsche Seite rausgegangen, fuck. Oh, er macht's gut, man sieht sich. Krasse Pose. Okay, das ist echt schwierig von der Übersichtlichkeit. Oh, ist lustig, ey. Ist lustig. Servus. Echt unübersichtlich. Ah, das macht schon Bock, Tux. Und das ist klar, dass man hier in der Arena nicht alles gewinnt, ne? Oh, es ist lustig. Oh, es ist lustig. Das war's. Oh, sorry. Ah, gesagt. Ah, watch your fire. Keine Ahnung. Die scheiß Waffe ist jetzt sowas von viel besser. Take a ghost service. Die scheiß Waffe ist ja so. Die scheiß Waffe ist ja so. Das sind ja so? Das ist ja so? Was ist ja so? All right. Geht doch ganz gut. Ich glaube schon, Revolver Held. Entweder A oder B, wenn die Zeit abgelaufen ist. Da legt man sich ein und wenn man es gecaptured hat, gewinnt man. Geht doch mal! Geht doch mal! Geht doch mal! Da ist er, okay. Stürb halt. Danke für den Gegend. Danke für den Support. Ah, Leute, wir sind gar nicht gemütet. Es tut mir leid. Gekko, danke für den Prime. Moment, ich mach die Alerts wieder an. Das geht schon. Sorry, dass ich dir gar nicht gemütet hatte. Das war nicht meine Absicht. Gekko, danke schön für den Prime und den Gegifteten. Reflex, E-Mails checken. Was macht der P22? Ich vergesse, was zu schauen. Und mir kommt eine Mail, ja. Mails checken, Account checken, ob man runterladen kann. Das war's, okay. Das war's, okay. Das war's für heute. Wie viele sind's noch? Ich seh's nicht. Ich bin alleine gegen zwei. Wo ist ein Klatsch her? Ich bin alleine gegen zwei. Ich bin alleine gegen zwei. Ich bin alleine gegen zwei. Ace. Fünf Kills. Let's go. Let's go. Clean. Oh, da war ne Ace. Waren auf jeden Fall vier. 108.000. War ne richtig starke Runde, ey. Okay. See you again. See you again. Been fighting ways to get away. See you again. See you again. Vielen Dank.